Ja und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den nächsten Trailer zu Avatar Frontiers of Pandora an, dem Trailer zu den PC-Features. Das ist ganz natürlich schön in 4K. Wir müssen uns da ja noch ein bisschen gedulden, am 7. Dezember kommt das Spiel raus und ja mal schauen, was uns da jetzt Neues enthüllt wird und wie die Grafik aussieht. Let's go. Wow. Sieht auf jeden Fall aus fällig aus. Junge. Okay. Man sieht ein bisschen den Unterschied zum ersten Trailer. Sieht bombastisch gut aus. Sehr viele Details. Mega viel Vegetation. Und das sieht mega nice aus mit diesen fliehenden Inseln hier. Holy shit. ...unders und Dangers of Pandora. You are new, are you not, to this world? Raytrace Reflections and Shadows will bring the world to a whole new level of beauty and realism. Preview and fine-tune your performance for stunning visuals with extended graphic settings. And with our built-in PC Benchmark Tools, players can test their settings in a controlled environment to compare results and optimize their experience. AMD FSR 2 can also be used to fine-tune the balance between visual quality and performance. The game can handle most resolutions and aspect ratios. Nice. Sogar Ultrawide-Monitore supported. Sehr cool. Ich habe hier einen Stern eigentlich. Zwar 4K, deshalb braucht er noch mehr Leistung. Und ja, er ist hier oben. Von daher ist das zum Zocken nicht so geeignet. Und zum Aufnehmen ja auch nichts unbedingt. Aber trotzdem cool. Even Ultrawide-Screens are High-Resolution-Multi-Monitor-Setups. We must bring the fight to them. High-Resolution-Multi-Screen-Setups. What? Heisst das, wenn ich drei Monitore hätte, würde das auf die ganze Spannweite gehen? Oder einen grossen Fernseher? Wäre nice. Zumindest hätte das Spiel das offensichtlich verdient mit dieser Grafik. Wow. Players can enjoy a smooth experience, stable FPS, and low latency in all resolutions. They can even expect a higher frame rate with the right settings and the latest hardware. The game takes advantage of high core count processors as it has been optimized to perform on lower specs and high-end PCs alike. With its many other options and features implemented, AMD and Ubisoft are pushing the envelope of technical and visual quality. The fight for Pandora has never been so captivating. Immerse yourself in the extraordinary world of Avatar Frontiers of Pandora on PC. Wow. Okay. Ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt. Es sah sehr gut aus. Mega farbenfroh, aber auch düster und viele Effekte. Mega viel Vegetation. Und wie man ja gehört hat, soll es auf jeder Leistung eigentlich gut und flüssig laufen. Ich bin gespannt, ob das auch so sein wird. Aber das sieht wirklich sehr gut aus. Und ich denke mal, Ubisoft müsse da viel falsch machen, damit das Spiel schlecht ankommt. So wie es aussieht, hat das viel Potenzial. Doch, ich glaube, das wird gut. Von daher würde ich sagen, warten wir es mal ab. Bis zum 7. Dezember ist es noch ein bisschen, ja, leider. Aber ja, bis dahin kommen sicherlich noch ein, zwei Trailer raus, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Video. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.